hier leute hallo ich komme hier zu einem neuen projekt ein kleines projekt zusammen mit futur bin ich da und wir spielen war face wir wollen es probieren wie es so ist wie uns gefällt es gefällt uns gerade gut wir haben ein spiel gespielt zum einspielen zu einer foto hat ziemlich aufgeräumt und ich nicht so schön team der feld stelle park ist wenn es heute nicht dabei vielleicht in der zukunft vielleicht nicht in der zukunft vielleicht schon ach so ja ich habe vielleicht auch nicht gleich machen müssen ich habe ich mir ja ich war ein bisschen laut ja dachte ich mir ist jetzt noch warten auf andere lappen weil er einfach so scheiße ist das wirst du warten ich bin doch schon wieder in der nächsten runde drin ich habe doch ding halt eliminiert das feindliche team so wir sind 150 feind tötet und beginnt sehr gut ja das ruckelt schon mal nicht ganz gut ähm ja und wo kommen die gegner äh das gleiche nicht da hast du erste kill nee ich habe auf jeden fall ihn getroffen schon mal ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn auf ich habe eine granate vorsicht ja wenn ich hinter der flüte stehe dann das ist eh freundlich feuer auf oh ne das ist unser auf dem dach ja auf dem dach das hätte ich gedacht ja auf dem dach ja die waffe ja du musst du helfen ja das ist richtig schwul Ach du da! Los! Bam! Oh! Komm, komm, komm. Wir haben einen Sniper. Ja. Ganz wichtig. Auf und da. Auf und da. Hinterrückdecken. Rückdecken. Wollen wir hierbleiben? Ja, ne? Was? Die drücken. Äh. Du musst einfach auf. Hast du? Ja, ich hab Lust drauf, hier Munition hinzulegen. Komm weiter, weiter, weiter. Wir kämpfen nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Ich brauch Muni, ich brauch Muni. Wie mach ich das? Äh, du musst ausbilden und einfach... ...doricht drücken. Okay. Hast du? Ja, ich hab Munition. Aber es ruckelt übelst einfach. Ah, okay. Get down. Wird... Oh, ne? Aua. Boah! Das ruckelt einfach übelst. Ja, gut. Geht. So. Machen wir mal die Grafik ein bisschen runter hier. So geht's da nicht mehr. Mal Texturen auf Mittel. Ja. Ja. Übernehme mal schneller. Ja. Ist das abgeschüttet, oder? Alter, ich hab immer Angst, du bist ein Feind. So. Wo bist du hinter mir? Ich bin... Ach du da... Oh! Oh, der hat mich... Der wird Penic wieder, der Wichser. Der Penis? Der Penis, ja. Da hat einer jedenfalls beleidigend geschrieben. Oh, fuck. Wir haben vorhin in das Born reingerannt. Ja, das ist mir auch passiert. Das ist bitter. Weil einfach plötzlich... In dem die einfach... vier Leute spawnen, oder? Aber es läuft ja gut. Ich hab mir das nächste Kiste gehabt. Ich seh' dich. Oh. Auf'n Dachs? Ja, ich hab's jetzt. Ja, ich hab's jetzt. Ja, ist weg. Kommt klar wieder ein Flugzeug bestimmt. Achtung, rechts, glaub ich. Sind sie. Da, ja. Wo? Winning? Ist wieder einer. Ah! Ich bin da oben. Der Killer. Ja, ich kann mich bewegen. Ich kann mich schon mal. könne ein Kilping zurenden Blick bringen. Ich weiß, was da schmeckt ist. Was ist das? Ein Claymore? Nice. Oder irgendwas. Ich hab' keiner ahme. LWorld, BrÜben, Bricht wird er wirklich we relying. Nein! Oh, und erstmal ein posterity! Dann kann der in die Ecke und... Ich hab' ihn weggemol preocupiert. Jetzt weiß ich ruhig mal nicht. Es ist ein Camper Map, der hier halt geht. Ja, ist das super ferb ». Hey, ich bin da bei eins. Kirst du das? alter wie ich einfach ab jetzt geht es ab heute auch noch was geht jetzt gehe ich ich bin ja schon wieder also der Hector ja es ist ganz einfach alle von mir vorbeigerand hat mit von Hilfe ja auf alles das ist immer und egal wie ich schon wenn ich dann müssen schafft was die Fakal da hat er mich nicht in den KD durch mehr die Kluge bis zu seiner Seite ja ich bin halt jetzt mit der letzten kugel noch erwischt hast du ihn? weiß ich nicht oh yes da habe ich noch erwischt oh fuck da kommen viele oh shit oh ich habe keine Muni mehr ja ich komme ich habe eine Ceremonie aber jetzt bin ich da ich habe es nicht von mir jetzt war ich ein Stück alter waren da viele aber ich habe noch irgendwie so zwei drei Leute weggeholt das ist mal geil boah das ist einer von uns wo bist du? ich bin auf andere Seite ja fühl dich ich komme von links bin hinter dir da ist noch einer vorsicht ja 50% helfen er ist weg ab in ja gut kann ich dich wiederbeleben gar nicht ne ne du bist kein Sanitäter das ist das wir spielen momentan Schütze Leute der Sanitäter hat die Shotgun ah ok ja ich habe jetzt die 3er Killstreak ich hatte eine 6er alter schon richtig geil ah ein weiter aus der Deck rum ist klar ok oh fuck ich habe drei Leute einen habe ich geholt vor morgens ah shit da war besser wie ich da war schneller das jetzt die 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 so 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 gelegt schießt auf uns eigenen Leute behindert gelegt im hier wo ich dachte hinten ist da ne ich dachte aber das war dann dein Name hat sich nicht geschoben hinter mir oh drei vier Stück sogar super ich bin nicht bei dir ich bin nicht bei dir doch warst du ich war aber ich habe einen gesehen und dann habe ich ihn mit ah fuck hat er dich ja ja ich habe gerade eine granate geworfen und dann konnte er mich holen das war halt so schicksal ah ah oh nee bist da schnell vorrücken oh hinter mir fuck oh ich habe einfach UN geschossen ich habe gekillt alter mit Headshot alter Alter das ist kein Scheuspiel boah wie ich mir noch gesehen habe aber da war zwei oder so jetzt habe ich 10 was hast du ach neuer ach neuer jetzt hast du nicht schlicht ich spawne genau lieber einen Gegner und nicht kill das ist ja richtig aber der ist bei uns spawnen gewesen aber ne ist ja wohl schon eben spawngcamping geht halt nicht darf halt nicht ne finde ich aber cool dass halt dann boah der spawne bleibt einfach und wenn jemand da geht dann einfach ja also Renn dem rein halten alles rein uuuu ok ok ich hätte ne können halt werfen können aber alter hab ich sie einfach alle weg ja doch ah fuck der dick hat mich mal wieder da hat er mich noch guhlt ja ach 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 oh shit oh mein Gott wie die mich einfach alle nicht külp ach ach oh die sind alle bei mir hier üben die 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 Autos achso oh oh die die das jahe ja das letzte laske probe mail So Leute, das war schonmal mit der ersten Folge Warface, ziemlich nice und ich würd sagen, wir sind bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge von Warface, bis dann und ciao.